Herzlich willkommen zu einem neuen Video wieder vom First Try Event mit einem Preview vom Hotknife. Ein wunderschönes Board von der Firma Liptec. Etwas der größere Bruder vom Skate Banana würde ich sagen. Aber ein bisschen härter, ein bisschen agiler auf der Kante. Das heißt es ist nicht so flexibel, nicht so variabel wie das Skate Banana. Und das Wort Hotknife auf jeden Fall schneidet das wie ein heißes Messer durch den Schnee. Es macht sehr viel Spaß damit zu fahren, vor allem hohe Geschwindigkeiten. Und falls ihr wollt, dass ich das Board nochmal ganz genau im Test bei uns in der Halle anschaue, dann schreibt es doch unten in die Kommentare und dann tun wir unser Bestes das auch zu bekommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.